Hi, ich habe wieder eine Frage bekommen von Alistair. Es ging darum, was überhaupt eine gute Conversion Rate ist. Diese Frage beantworte ich jetzt. Und wenn du jetzt gerade denkst, seit wann beantwortet Carlo denn Fragen im Video? Das mache ich schon nicht eine Weile, aber da gibt es jetzt einige Sachen, die ich beantworte als Video. Und wenn du denkst, du hast auch eine Frage, die du gern als Video beantwortet haben möchtest oder als Kommentar, dann scroll einfach kurz runter, tipp die Frage ein, das dauert maximal eine Minute und dann schauen wir einfach, ob es sich da lohnt, ein eigenes Video drüber zu machen. Zurück zur Frage. Es ging darum, was überhaupt eine gute Conversion Rate ist. Und da gibt es ein paar Dinge zu beachten und dann werde ich da auch nochmal ein paar Zahlen sagen. Zum einen musst du mal schauen, wenn du, ja ich sag mal, eine Conversion Rate dir angucken willst und wissen willst, ob die gut oder schlecht ist, musst du erst mal schauen, was misst du da überhaupt. Misst du da zum Beispiel eine Newsletteranmeldung oder den Verkauf eines Produktes für 250 Euro oder vielleicht noch eine ganz andere Ebene, die Kontaktanfrage für eine Beratung oder die Kontaktanfrage für ein Angebot für eine größere Firma, vielleicht im Mittelstand, B2B, wo es dann vielleicht noch komplizierter oder noch schwieriger ist, Anfragen zu generieren. Das heißt also, eine Newsletteranmeldung kann natürlich viel einfacher sein zu generieren als zum Beispiel der Verkauf eines Produktes für 250 Euro. Und das ist das Erste, was du unterscheiden musst. Also du kannst jetzt hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Es sind zwar alles Conversion Rates, das macht Sinn und das ist richtig, aber die sind alle sehr, sehr unterschiedlich zu bewerten. Ja, wie gesagt, Newsletteranmeldung ist relativ einfach zu kriegen. Dann als nächstes, was du natürlich auch noch wissen und machen musst, ist, du musst unterscheiden, von welchem Traffic-Kanal kommen denn überhaupt die Besucher. Das ist in dem Sinne sehr wichtig, weil je nach Kanal kann natürlich die Conversion Rate auch nochmal sehr stark unterschiedlich sein. Das heißt, du musst sie segmentieren und unterschiedliche Kanäle einzeln betrachten. Das ist ganz klar, wenn jemand direkt deine Webseite eintippt und sich dann anmeldet oder etwas kauft, ist natürlich die Intention dieser Person viel höher, als wenn du zum Beispiel über Google AdWords oder über Facebook jemanden einkaufen musst, indem du bezahlte Werbung machst, die Person dann auf deine Seite holst und die dann eine Aktion machen soll. Die kennt die Seite nicht, die weiß vielleicht noch gar nicht, dass sie das Produkt oder die Dienstleistung braucht. Und das kann dann einfach sein, dass diese Conversion Rate viel, viel geringer ist. Das heißt, da musst du auch wieder unterscheiden. Dann gibt es auch nochmal die Möglichkeit, Conversion Rates innerhalb der Kanäle zu unterscheiden. Das heißt, zum Beispiel wird Google Shopping für einen Shop in der Regel besser konvertieren, als ganz normale Textanzeigen. Also da gibt es auch nochmal die Möglichkeit, sich verschiedene Conversion Rates anzugucken. Nun stellt sich die Frage, um das hier nicht zu lang ausatmen zu lassen, Was ist eine gute Conversion Rate und was ist eine schlechte? Und um da vielleicht mal generell eine Zahl zu nennen, man kann davon ausgehen oder man kann ungefähr davon ausgehen, dass rund 2% Conversion Rate auf dein großes Ziel normal sind. Also wenn du einen Shop hast und irgendwie einen Sale haben willst, dann kannst du davon ausgehen, dass im Schnitt, wenn alles gut läuft, dass du ungefähr 2% auf 100 Besuchern hast. Wenn du natürlich jetzt Fahrräder verkaufst und Werbung schaltest auf Socken, dann ist ganz klar, da wird niemand kaufen. Also geh mal davon aus, dass alles vernünftig eingerichtet ist und dann kannst du als Benchmark 2% nehmen. Natürlich ist das dann für Newsletter ganz anders. Da kannst du zum Beispiel sagen, Newsletteranmeldung 10%, könnte gut sein, hängt ja aber auch immer von deinem Angebot ab. Was bietest du der Person, dass sie sich für den Newsletter anmeldet? Bietest du 50%, das ist vielleicht ein super guter Punkt, warum man sich anmelden sollte. Bietest du irgendwie nur 2% Rabatt oder so, sagt sich der User vielleicht, ach, naja, das lasse ich lieber, bevor ich da noch irgendwie zugespampt werde. Auf die 2% kann ich gegebenenfalls verzichten. Das ist also auch sehr schwer. Generell, wenn du, ich sag mal, Lead Magnets hast oder PDFs oder irgendwie solche interessanten Themen, ja, es kann auch eine interessante Newsletteranmeldung sein, dann kannst du mit einer Conversion Rate von 5 im schlechtesten Fall, oder was heißt nicht im schlechtesten Fall, sind es natürlich 0, aber im unteren Durchschnitt bis 10, bis, ich sage mal, überdurchschnittlich geht dann so ab 15% los mit Rechnen. Ja, das sind so Marktdurchschnitte, das ist jetzt natürlich nicht ganz konkret, für jeden Fall einzeln. Es gibt natürlich auch Fälle, da sind 25% möglich. Ja, das hängt aber immer ganz stark davon ab, wie du zum Beispiel den Traffic auf deine Seite holst, beziehungsweise was das für ein Traffic ist. Ja, ist das kalter Traffic oder ist das heißer Traffic in dem Sinne? Kalt, die haben gar keine Ahnung, was du auf deiner Seite anbietest. Heißt, die wissen schon richtig, was es gibt, die wollen sich anmelden und dann hast du natürlich viel höhere Conversion Rates. Das heißt also, im Shop-Bereich kannst du 2% als Durchschnitt nehmen. Wenn du im Dienstleistungsbereich unterwegs bist oder einfach nur Kontaktanfragen brauchst oder haben willst, dann kannst du auch im Durchschnitt mit 2% rechnen. Das Ganze kannst du natürlich noch nach oben und unten verbessern, wenn du Conversion-Optimierung betreibst. Das soll es gewesen sein. Ich will mich hier nicht auf zu dünn Eis bewegen, also es wird auch viel Quatsch erzählt, was alles super gut möglich ist. Ja, wir müssen mal ein bisschen realistisch bleiben. Von daher kannst du das als Benchmark nehmen. Wenn du 2% hast, ist das schon ganz gut. Kann natürlich immer besser werden. Ja, und wenn du dich da noch ein bisschen tiefer interessierst, für ich habe in den Kommentaren 2-3 Links zu ein paar Studien bzw. zu ein paar Seiten, wo du auch noch ein bisschen was zu Conversion-Rate-Durchschnitten lesen kannst. Ich freue mich auf die nächsten Fragen und bis bald.